Hey Momo, wie sendet man bei Outlet 46 eigentlich sein Paket zurück? Dein Paket sendest du bei uns ganz einfach zurück. Erstmal schaust du in deine E-Mails, da befindet sich eine E-Mail von Outlet 46, da ist ein Retourenformular am Anhang, das drückst du erstmal aus. Dann nimmst du dieses Retourenformular, legst es dir im Artikel bei, den du doch nicht haben möchtest, packst das alles zusammen in ein Paket und machst das Paket natürlich zu. Dann gehst du auf www.outlet46.de, ganz unten auf der Seite unter Rücksendungen findest du das Rücksendeetikett, das füllst du aus und druckst es aus, nimmst das Rücksendeetikett, klebst es auf das Paket drauf, gehst damit zur Post und schickst es zu uns. Das war's auch schon. So Freunde, ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ich euch geholfen habe, lasst doch ein Like da, abonniert unseren Kanal, das war's von mir, Momo von Outlet46.de. Ciao. 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 Ciao.